Frenkel Frotzelt Heute Let's Play Happy Wheels, der Unfallsimulator Tag ihr Nasenwehren, herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Happy Wheels Ähm, ja Ich hab einen neuen Zuschauer-Level hier angefangen in der letzten Episode, hab ihn noch nicht geschafft und den spielen wir jetzt weiter Ein sehr schöner Level, wie ich finde, muss ich ganz ehrlich sagen Ich bin ja nicht verwöhnt worden zuletzt hier mit diesem Beinbrecher Aber der Level ist echt cool Ohne irgendwie zu leicht zu sein Kommt da drüber Rum, 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 ah, ja Also man hat das Gefühl, man kann was man kann was erreichen und jetzt kommt da eine knifflige Stelle hier, da hat's mich jetzt ein paar Mal schon rausgehauen Man muss da irgendwie drüber kommen Ja, jetzt hab ich's geschafft diesmal Oh, fick nicht so hoch Scheiße Bete, dass du überlebst Scheiße, 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 langsam, langsam, langsam Oh, 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 okay Okay, so, also so weit war ich noch nie Und jetzt muss ich an diesem scheiß Kugelding hier vorbeikommen Oh, da sind mehrere Oh, oh ne, okay Also, das ist an der Stelle jetzt doch ganz schön schwierig Ich dachte, jetzt kommt nochmal langsam das Ziel Aber da geht's ja noch ganz schön weiter, mein lieber Herr Na ja Noch auf ein neues Puh, das war ein bisschen Dusel gerade Gebe ich gerne zu So, vorsichtig Nicht so schnell, nicht so schnell, Frenkel Bisschen langsamer versuchen Kann ein bisschen Ruhe reinkriegen hier Ja, so ist gut Und dann haut er mich wieder nach oben hier Stopp Nicht so weit Oh Gott, pass auf Jetzt kommt da unten wieder die Kugel Heieieiei Okay Ja Also Das geht noch eine ganze Ecke so weiter hier mit dem Level Auf geht's Jawohl Gut gelöst Gut gelöst Auch das optimal gelöst Und jetzt hier nochmal drüber Über diese scheiß Mine Jawohl Auch gut geglückt Weiter, 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 weiter So, jetzt versuchen wir hier mal ein bisschen zu bremsen Scheiße Ah Wie ging das denn Oh Gott Also ich gebe zu Das war auch jetzt ein bisschen Glück hier So, wunderbar Da liegt eine Mine auf dem Scheißding Habe ich gesehen So, und jetzt muss ich hier langsam runter Und Am besten ist, ich fliege gleich ein Stück weiter, oder? Dass ich gar nicht mehr vielleicht an diese Krugen drankomme Oh Scheiße Also Das war knapp, ja Das war jetzt echt knapp Aber ich glaube, die Taktik ist nicht ganz verkehrt Drüber Drüber Jawohl Also ich würde den Level ja schon ganz gerne schaffen Hier jetzt in der In der Episode Das wäre schon ganz nett Jawohl Drüber Wunderbar Auch hier drüber Das war knapp Gebe ich zu Drüber Da hätte ich ein bisschen höher fliegen müssen Da lag wieder diese scheiß Mine im Weg So Komm jetzt Alter Mann Du hast es drauf Los Zeig es uns Baby Jawohl Hängen geblieben Sehr gut Dann ist nämlich immer ein bisschen Ein bisschen Pause Man kann ein bisschen durchschnaufen hier Man kann sich auf die nächsten Minen hier vorbereiten Drüber Ja, wunderbar So Dann geht es hier wieder nach oben Ganz furchtbar nach oben So Das versucht jetzt hier mit weg zu bröseln Ich versuche hier Ja Zu überleben Sehr gut Sehr gut Stopp, 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 stopp Jetzt müssen wir da drüber Das werden wir wohl hinkriegen Ja Das war nicht so gut Eigentlich könnte ich da drüber fliegen Scheiße Pass auf Puh Glück gehabt Ich glaube ich fliege über das Ding wieder drüber Ist besser, oder? Ne, geht gar nicht Scheiße Bin wieder drauf gegangen Ja, ja, komm Beine Beine brauchst du eh nicht Oh, Mine So, stopp, 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 stopp Oh, kack die Wand an So, und die Taktik Jetzt an der Stelle einfach ein bisschen weiter zu fliegen War nicht schlecht Das Problem ist nur Man läuft natürlich Gefahr Dass man zu weit nach rechts fliegt Und dann, äh Ja, ähm Am Ende des Levels landet Scheiße Aber das war Das war schon mal nicht schlecht, ne? Das war schon mal ganz gut So, weiter, weiter, weiter Weiter, 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 weiter drüber Was ist denn jetzt los? Warum kommt der jetzt nicht da drüber? Konzentration Konzentration Jawohl, drüber Alles klar Perfekto Ha, scheiße So Durchatmen Da drüber Okay, ja Das war Das war jetzt etwas suboptimal Wenn ich's mal vorsichtig formulieren darf Zack So, wunderbar Drüber Scheiße, diese eine Kackmine da Wieder vergessen So Komm Schön da drüber Sehr schön Sehr schön Sehr schön Auch dann über die hier drüber Über die hier und über die andere auch gleich Jawohl Und hier mit Schmack Und hier mit Schmack ist auch über die da drüber Auch gut Und dann sind wir gleich wieder da oben Achtung Schleudri Schleudera Genau auf einer Mine gelandet Sehr ungesund Huch, ich leb noch Jetzt werd ich fast weggedingselt Dabei leb ich ja noch Super Ja, hab sogar ein bisschen Ballast verloren Dann rollt sich's auch leichter Ist klar, ne Äh, das war irgendwie ein bisschen komisch gerade Aber naja Unfälle passieren hier halt nun mal Ab und zu bei diesem Unfallsimulator, ne Da kann man Kann man nix machen manchmal So Jawohl, da drüber Ja, und da kommt das Mal gleich noch mit hier Wunderbar Stopp Langsam, langsam, langsam Hier rein Warum muss ich denn jetzt immer unbedingt auf dieser Mine landen? Das ist doch nicht schön von mir Mann Konzentrier dich doch mal, Harald Mach doch mal, Frenkel Ha, habt ihr das gesehen, ne? Ja, einfach nicht mehr Gas geben als nötig Das ist hier die große Kunst Des Happy Wheels-Spiels So Huah Okay So Jetzt Vorsicht Da kommen wir jetzt auf die Dinger, die da kaputt gehen Ah, 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 ah Das gang Oh, oh, ja, nein, nein, nein Nicht mit dem Kopf Ach, Mann Ja, liebe Kinder Das wollte ich euch ab und zu mal einmal zeigen Dass ihr nicht mit dem Kopf bremsen solltet Das ist nicht schön Mit dem Kopf bremsen ist Ist echt ungesund Das lasst mal lieber bleiben, ja Auch mit hellen Das muss nicht sein So Drüber, drüber Den nehmen wir auch gleich noch mit Gut, das ging gerade noch mal so gut Fliegen wir gleich ein Stück vor Und dann nach oben So, und jetzt Vorsicht, 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 Vorsicht Wo immer wir jetzt auch landen Ach, nicht so schnell, nicht so schnell Ja, ja, komm Vorsicht, jawohl Wunderbar, jetzt Jetzt, wunderbar, gut, okay Jetzt noch da drüber hier Und Stopp So Und jetzt müsste ich das genau erwischen Da ist noch eine Harpune am Schluss Das ist etwas unfair Direkt vom Ziel Ja, Mann Ach komm, das gilt doch Das geht doch durch, oder? Scheiße Knapp war es aber alleweil So Weiter, weiter, weiter Manchmal braucht man auch ein bisschen Glück Um so ein Level zu schaffen Aber Ah, ja In dem Fall Habe ich die Mine wieder Verbockt So Dann hier weiter Äh, drehen wir nochmal genau Nochmal andersrum hier Damit wir ein bisschen Schub von hinten kriegen Wieder hier gut drüber kommen Sehr gut So, da kommen wir doch auch drüber, ja Jawohl Jawohl Äh, das war, das war sub Suboptimal Komm, lass mal Machen wir nochmal neu Kriegen wir schon noch Kriegen wir schon noch Hoppla Das war jetzt auch ein bisschen schmerzhaft Aber der soll sich mal nicht so haben, der Lappen Das bisschen Blutverlust hier Das ist gar nichts So, auch da drüber, wunderbar Und das hat auch geklappt Oha, Kopf einziehen, Alter So Okay Erneut Boah, das war, das war jetzt arschknapp Da hätte ich mir jetzt den Kopf gebrochen Äh, den Hals gebrochen So, und jetzt vorsichtig Jetzt geht's runter, ne, oder? Ah, da noch nicht Aber bald So Jawohl Ich sag's doch Ihr habt's geschafft Wunderbar Okay Wir gehen raus und suchen uns den nächsten Level Was haben die denn dann noch hier im Angebot? Meine Tester haben Hier gesprochen noch von Ähm Harald Frenkel heißt der Level Oh, weia Da ist immer das Problem Wenn ihr den so blöd nennt Ja, da gibt's ein paar Mal Harald Frenkel Dass der da nicht findet Das ist natürlich scheiße Ich werd mal gucken, ob ich ihn finde Und, äh, unterbrech einfach mal Damit ihr nicht so lange warten müsst Bis gleich Und da bin ich wieder Mit dem, äh, nächsten Zuschauerlevel Der ist gemacht hier Von Hardy 535 Und der Level heißt Harald Frenkel Alles klar Okay Dann muss man ganz, ganz schnell fahren Jetzt hier Komm Dreht mal ein bisschen schneller hier Komm Dann Ulrich Ähm, ja Und man darf vor allen Dingen auch nicht so ins, äh Was ist da denn? Komm ich da auch rein? Achso Falls du den Checkpoint schon erreicht hast Nein, das hab ich noch nicht Gut Dann machen wir das natürlich nicht Ein Checkpoint Das ist ja cool Also, ich versuch jetzt das nochmal, ähm, zu überleben Ei, ei, ei Das ging gerade so gut Checkpoint erreicht Okay Da kann ich dann das Glas zerbrechen Keine Ahnung, was mir das dann bringt Egal So, wir fahren mal weiter Stopp Okay Eine Swing-Swing-Kugel Eine Kugel aus dem Swinger-Club Da fahren wir jetzt ganz schnell durch Ganz schnell Sehr schön Kommt noch mehr? Ne So, und da mit Schmackes drüber, oder was? Ja, 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 ja Da musst du nur aufpassen, dass nicht irgendwo wieder eine Mine rumliegt Ich kenn doch meine Pappenheimer So, hier soll es dann angeblich nach oben gehen Ja, das war ein bisschen unglücklich Unglücklich gemacht jetzt hier Ich muss ein bisschen in der Vorwärtsbewegung, muss ich das machen Ja, so, genau Herr Frenkel Das sieht fast so aus, als ob Sie das könnten So, hier geht es wieder nach oben Oh, und gleichzeitig nach links wieder zurück, oder wie? Das ist ja heikel Ach, leckt mich doch am Arsch hier, ihr scheiß Harpunen Ich hab'n Pfeil im Bauch In der Brust Besser als im Knie, sag' ich immer, ne? Komm da hoch Wie mach' ich das denn am besten? Wie mach' ich das am besten? Schon mit etwas mehr Schwung Aber halt, ich darf halt nicht nach rechts dagegen Ja, genau das darf ich nicht Weil dann schleudert's mich wieder zurück Oh, jetzt, jetzt ist er ein bisschen verkrümmt hier Das ist nicht gesund Hoppla So, jetzt hab' ich auch noch ein Einhorn Super Wie mach' ich das denn? Ich brauch' das, das Timing muss genau stimmen anscheinend Ja, ja, genau so Komm, gib Stoff, Alter Fahr Ja, 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 komm Lass dich mal von so ein paar kleinen Nägelchen hier nicht irritieren Ähm, so Und dann ist das Ziel Ist das schon das Ziel? Ne, 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 Moment Ah, das ist schon das Ziel Ich bin der Happy Wheels Gott Ich bin der Happy Wheels Gott Ich bin der Happy Wheels Gott Gut, wir schauen nach Wir haben natürlich noch ein Level Warte Da bin ich wieder Ich hab' kurz den Level gesucht Hat ein bisschen gedauert Hab' ich euch rausgeschnitten Damit ihr nicht so lange warten müsst Von mir Stefan666 Hallo Harald Willkommen zu meinem nächsten Level Tipp Behalte die Arme Was denn hier? Für Checkpoint fest gegen die Wand fahren Okay Noch hab' ich ja kein Checkpoint, ne? Muss ich erstmal mir erarbeiten Boah, fick die Henne Boah Geht's ab, ey So, was haben wir hier? Dann muss ich, äh Nach oben Das sollte doch zu machen sein, oder? Ja, 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 ja Oh, 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 oh Oh, ficken Oh, scheiße Kacke Okay Das war ein Bottle Run Und der war irgendwie Nicht so gut zu machen gerade Weil ich so einen Blöden Pfeil in der Fresse hatte Stopp, nicht so schnell Das war daneben gehüpft Jetzt hat's das Kind weggeweht Aber macht ja nichts Eben hier nur ein Ballast Ja Oh, beide Oh, hallo Okay Ich hab mir gerade irgendwie das Bein gebrochen Auch noch Verdammte Scheiße Komm, das ist doch zu schaffen hier Das muss doch zu schaffen sein Meine Level Designer Quatsch, Level Designer Meine Level Tester haben gemeint Dass das super zu schaffen sei Dass es ein ganz cooler Level sei Dass ich aber irgendwie hier nicht drüber komme Das hat keiner gesagt Ja Nochmal, komm Abgeschossen in der Luft Nochmal Bam Steigt da ab hier, der Blödmann Ey Kann doch nicht wahr sein Das werde ich doch irgendwie hinkriegen hier So Jetzt versuche ich das nochmal Naja, das war blöd Kind, halt die Fresse So Jetzt da drüber Ja Ja, ja, ja Okay, und hier Ah, ab hier Checkpoint Sehr gut Und was muss ich jetzt hier machen Mit Vorderrand Äh, Vorderrad Nicht Vorderrand Fränkel Mensch Mach mal die Augen auf Da rein So, und jetzt Was muss ich jetzt machen Darüber vielleicht Jetzt hänge ich Ich hänge Ah, ich muss mich wahrscheinlich fallen lassen Das ist wahrscheinlich sogar der Trick hier Moment Ah Ah, okay Ich muss mich an dem Seil festhalten Ich verstehe Das ist ja mal ganz schön Ausgefeilt hier So, jetzt haben wir ja das Checkpoint gehabt Jetzt fahren wir da mal Gegen die Wand Sehr schön Und dann können wir wahrscheinlich Wie ist das? Ah, ja Also, jetzt darf ich unten rumfahren Statt mir das ganze Gedöns oben nochmal anzutun Das ist sehr nett Da könnte der Herr Fult auch mal was lernen Der die schlimmsten Levels macht Ne, ihr wisst warum Ich sag nur Beinbrecher Warum geht das jetzt nicht hoch? Es ist ein neuer Level von Fult Im Test gerade Bei meinen Testern Diesmal werde ich das ernster nehmen Und dann werden wir schauen Ob wir diesen nächsten Level auch Wirklich spielen Jetzt schaffst du das vielleicht mal da hoch Du Blödkop Hallo Das wird er doch wohl schaffen hier Na also So, jetzt dann nochmal mit dem Vorderrad rein Dann lassen wir uns wieder hier so runter Dann lassen wir los Ah Daneben Okay Ich muss natürlich dann auch festhalten Sonst Halt Moment Checkpoint Hallo Komm das schaffen wir doch in der Episode Checkpoint Warum geht der Checkpoint nicht? Der Checkpoint ist kaputt Kann ich den irgendwie umtauschen? Ach dann leck mich Dann halt ohne Checkpoint Das ist doch Käse einfach Das schaffen wir doch nochmal hier Bam Jawohl So Ich sag's doch Ich hab's drauf War zwar etwas unorthodox Aber es hat ja geklappt So Also nochmal Hier hoch Mit Vorderrad da rein Komm Dann da rum Z Festhalten Ja Nein Scheiße Loslassen muss ich auch noch Das ist ja unfair ey So nochmal Checkpoint Ja diesmal geht der wieder Ja komm das machen wir in der Episode noch Das schaffe ich doch Das wäre ja Das wäre ja wohl gelacht Wenn wir das nicht noch schaffen hier Komm Tritt Alter Mann Bisschen schneller So und weiter da Hoch Hallo Auf Auf halbem Weg verhungert Scheiße Nochmal Jawohl Super Da rein Und so rum So und jetzt konzentrieren Ach Scheiße Jetzt ist mir der Arm abgerissen Mann Ich hab aber auch kein Glück Ich will diesen Level hier noch Unbedingt schaffen Hier in der Episode Komm Naja wohl gelacht Mach mal ein bisschen länger heut Freut er euch Ne Ausnahmsweise mal Hoch mit dir Sehr schön Oh das war fast ein bisschen zu weit Ähm Macht ja nix Komm Oh doch Macht was Scheiße Jetzt hänge ich hier fest Soviel zu dem Thema Okay Herr Frank Die Idee war nicht so gut Nochmal Ich sollte nicht so hudeln Manchmal Sondern einfach ein bisschen Mit Bedacht vorgehen Dann ist das auch ein bisschen Einfacher glaube ich Jawohl Da haben wir nochmal einen Hubbel Aber das macht nix Hervorragend So und jetzt machen wir das mal ein bisschen Gefühlvoller Genau Dann drehen wir Dann lassen wir los Ach Mann was machst du denn du Affenkopf Jetzt versuchst du sich auch noch selber anzublasen Scheiße Kacke Komm Ich will da rüber Das Fahrrad ist im Weg Ich seh schon Okay alles klar Nochmal Das wird schon auch werden hier Verflucht nochmal Wer gelacht So jetzt haben wir es aber gleich Jetzt haben wir es Ich bin sicher jetzt schaffe ich es So und jetzt darüber Wunderbar Mühsam Aber gerade so Dann nochmal Bam Bam Loslassen Und ich hab's Alles klar Ich hoffe es hat euch Spaß gemacht Wenn ja lasst mein Like da Und dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Episode wieder Ich sag Ciao Ciao